Das müsste schon passen so. Aber ich habe ja davor schon eingeschaltet gehabt. Ja genau, dann hat er das auch noch mit drauf gehabt. Ich glaube das wäre eh... Machen wir noch einen und dann... Kann ich wieder aufnehmen? Na das war ein Probe! Wir haben ja nicht mehr zur Kamera gedreht. Ich kann leider die Changes rechnen, aber das spielt einfach nicht gut. Welche Changes? Bei der... was ist denn? In welchen Stelle? Wo ich mich genau weiß... Welche Stelle? Vielleicht kann ich ja... Meine Hose ist nackt. Oh, ich rieche! Ich rieche! Ich rieche! Juhu! Ja, weil man hört, die Margit Elis ist eh nur Gitarre mit Basis. Das werden alle schauen! Das hätte ich da irken müssen... Tr queue nessa... Das fand ich jetzt voll cool. Das Hydra hob es nicht? Das fand es voll schön, dass du appellas hast! war du schön, ordentlich seid. Das waren eher eine Lilli. Rieche! Keine Zeitung ist er場! Aloha! Steig auf! 2013! Aho! Ah, nochmal! Entschuldigung! Das macht nichts, ey! Wir sind da immer fett hier hin, flexibel. Wie ist denn da der Kapuze runtergerutscht? Dig, aber nein, ich wusste nicht, was ich mache. Wie ist denn die Stelle, wo ich mich nicht rauskriege? Ja, ich habe die erste 100 coolen Leinen und dann bei mir dazu kommt die zweite. Dann steigert es sich. Oder beim Ziel. Schau, das war wegen dem Auto. Ich habe das schon gewusst, ob das jetzt vorbei kommt. Ja, das ist richtig. Okay. Ich habe das schon gewusst. Ich habe das schon gewusst. Wenn ja, ich habe das schon gewusst, oder? Ich habe das schon gewusst. Ich habe das schon gewusst, oder? Om Namah Shivaya 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020